ja hallo freunde ja er ist zurück wer ist zurück der frühling ist zurück bei uns im garten blüht mittlerweile schon alles und auch die vorsitien die blühen jetzt so stark ja man kann es kaum glauben ich kann euch ein paar schöne blumenaufnahmen zeigen habe momentan mehr als genug davon nur leider leider eins muss ich gleich vorne wegnehmen den wunderschönen blütenduft den kann ich euch leider nicht mit übermitteln deswegen werde ich sagen film ab und viel spaß und Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020